Herzlich Willkommen im neuen Jahr 2024. Ich nehme dich mal mit in meine Praxis, Mondwitte. Hier ist ein Ort entstanden für all jene Menschen, die auf der Suche nach dem Sinn im Leben sind. Und die psychische, körperliche oder spirituelle Heilung suchen. Und ich habe mir gedacht, ich nehme dich mal mit, weil ich selbst einfach mal wieder etwas Gutes tun wollte. Und wie du zuvor gesehen hast, habe ich mich anfangs selbst abgeräuchert und dann habe ich mit der Mother Drum zu spielen begonnen. Und vielleicht möchtest du selbst einmal die Klänge der Mother Drum spüren und wahrnehmen. Und dann lade ich dich ein, mal zu mir zu kommen in den Mondwitte. Man kann unter dem Mother Drum sich legen, auf einer weichen Matratze zugedeckt und den Klang und den Rhythmus spüren. wie die Verbindung mit Mutter Erde eintauchen. Und dann kann ich das gleich anfangen. Und dann müssen wir die練ern. Vielen Dank.